Siddhi Kalasana, auch genannt Siddha Kalasana, die Stellung der Vollendung und der Fähigkeiten von Kala. Ramani zeigt, wie es geht. In der Enzyklopädie of Traditional Asanas beschreibt Garote es wie folgt. Stehe gerade mit den Füßen zusammen. Dann gib den rechten Unterarm hinter den Rücken bzw. den rechten Arm hinter den Rücken und halte die linke Hand auf der Höhe des Oberschenkels. Und ohne die Knie zu beugen, fasse mit der Hand an den Unterarm oder das Handgelenk und dann bringe den Kopf nach hinten und den Brustkorb nach hinten, soweit du kannst. Du hältst die Knie gerade, du kannst auch noch die Hüften etwas nach vorne schieben und so gerade auch Bauch und tiefe Bauchmuskeln dehnen, wie zum Beispiel auch Psoas und Iliopsoas und auch die Oberschenkel. Gerade wenn es dein Rücken erlaubt, kannst du die untere Hälfte des Beckens nach vorne schieben und die Oberschenkel weit nach vorne schieben. Spüre die Dehnung auch im Bauch. Diese Stellung, Siddhi Kala Hasana, ist eben die Stellung von Siddhi Vollendung. Kala kann heißen Teil oder auch der 16. Teil kann heißen, dass du hier eine der 16 großen Fähigkeiten entwickelst. Eine andere Ableitung ist eben von dem Kala Siddha. Kala gehört zu den 84 Hauptsiddhas, denen jeweils ein Asana zugeschrieben wird. Und so ist Kala eine Stellung eines vollkommenen Meisters. Diese Stellung kannst du natürlich auch üben, indem du auch die andere Hand gibst, mit der anderen Hand an den anderen Unterarm fasst und dich auch nach hinten beugst. Mehr Informationen über alle Asanas, auch die Asanas der 84 Siddhas, findest du auf wiki.yoga-vidyab.de Mehr Informationen auf www.siddha.de Mehr Informationen auf www.siddha.de